Los Indominus! Zeig dieser fetten Katze, dass sie in Jurassic World Evolution nichts verloren hat! Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Mod-Vorstellungsvideo und heute erwartet uns eine, ich sage mal, leicht retardete Mod. Ihr habt es ja sicherlich schon gerade am Thumbnail oder Titel gesehen. Nämlich hat ein Modder sich dazu entschieden, Garfield in Jurassic World Evolution zu erstellen. Ich habe ihn noch nie freigelassen, ich weiß nicht, wie er aussieht, nur von den Bildern von der Mod. Aber ich muss sagen, oh Gott. Das ist so retardet. Warum würde man das machen? Und die Mod sieht auch noch gut aus. Übrigens kommt er für den Brachium ins Spiel, habt ihr ja gerade schon gesehen. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Darauf komme ich nicht klar. Ei, 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 ei. Ich muss euch dazu... Oh Gott, wie er läuft! Oh nein! Oh nein! Ey, das ist, Leute, das ist mit Abstand die bescheuertste Mod, die ich je in Jurassic World Evolution gesehen habe. Ich lese euch mal ein paar Kommentare vor, die unter der Mod stehen. Hier hat unter anderem einer geschrieben. Du hattest die Power von Gott oder die Macht von Gott in den Händen. Du hättest unglaubliche Kreaturen erschaffen können. Aber stattdessen hast du dich für Garfield entschieden. Ist halt so true, ne? Mit diesen Modding-Skills, mit denen dieser Garfield erstellt wurde, hätte man sonst was erstellen können. Aber stattdessen haben wir jetzt einen faulen, verfressenen Kater im Spiel in Übergröße. Also das ist wirklich mit Abstand die bescheuertste Mod, die ich jemals gesehen habe für Jurassic World Evolution. Oh Mann. Fantastic Work. Ein neues Level vom Modding. Ironie ist auch am Start. Endlich die Mod, auf die ich seit Ewigkeiten gewartet habe. Oh, diese Kommentare sind so gut. Ey, Leute. Warum? Warum? Kann mir das bitte einer erklären? Warum erstellt man so eine Mod? In was für einen Park soll man diese große Katze bitte unterbringen? Guckt euch das an. Einfach Garfield. Auch mit seiner Wampe. Und die Mod sieht halt auch echt noch gut aus, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe, der Ersteller von dieser Mod, äh, ich kann den mal kurz einmal für euch einblenden. Äh, ich hoffe, der wird auch nochmal seine Modding-Skills nutzen und ihr was Cooles ins Spiel bringen. Gut, die Fressens-Animation sieht ein bisschen lame aus. Aber ansonsten sieht das schon ganz cool aus, ne? Also die Lauf-Animation und so geht klar. Die Hände sind natürlich ein bisschen komisch, einfach nur so zur Seite. Aber ich muss sagen, es hat mich schon ein bisschen jetzt zum Lachen und zum Schmunzeln gebracht. Wir lassen mal noch einen frei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gibt's auch noch in verschiedenen Farben, die Karte. Oh nein. Ich freu mich gleich schon, wenn wir Indominus Rex freilassen und der dann zeigt, wer hier der wahre König ist von Jurassic World Evolution. Das ist nämlich nicht Garfield. Er fehlt nur noch eigentlich, dass der Modder diesen Brachiosaurus-Sound gegen so ein Miau-Austausch uppt. Miau. Alter. Warum steckt man Arbeit und Zeit in sowas? Ich komm da nicht drauf, klar. Der dritte auch noch eine andere Farbe, schauen wir uns das auch nochmal kurz an. Ich glaub, der ist auch ganz leicht andersfarbend, oder? Der ist jetzt so grau. Der davor war, glaub ich, so ein bisschen rötlicher, oder? Ich weiß es nicht. Können wir mal kurz gucken. Ja, der hat so ein bisschen rot drin. Der ist rot? Ne, der ist auch rot, okay. Der hat die gleiche Farbe. Es sah nur vom Licht so aus. Das heißt, wir haben einen roten Kater und einen gelb-orangenen. Wie der auch läuft. Als wenn der so balanciert mit seinen Armen. Oh mein Gott. Der trinkt hier übrigens, glaub ich, gerade. Oder geht er nach vorne noch über? Das beobachten wir nochmal kurz. Dann bin ich ja mal gespannt. Ob der sich jetzt überbeugt? Er beugt sich wirklich nach vorne. Los, Garfield. Ich glaub, das war schon. Ich glaub, er ist schon am Trinken. Das hört sich zumindest so an. Ei, 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 ei. Okay, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser bescheuerten Mod haltet. Also das ist wirklich mit Abstand die verrückteste Mod, die ich je für Jurassic World Evolution gesehen habe. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt den König von Jurassic World Evolution frei. Nämlich den Indominus Rex. Und der wird Garfield zeigen. Was ist das denn? Ach, das ist eine Ziege. Ich dachte gerade, da wäre ein Fisch. Ich dachte gerade... What the hell? Okay, ich war gerade verwirrt. Auf jeden Fall, der Indominus Rex wird gleich Garfield zeigen, dass er hier nicht hergehört. Los, Indominus. Zeigt dieser fetten Katze, dass sie in Jurassic World Evolution nichts verloren hat. Boah, richtig schön in den Bauch. Und da geht Garfield down. Da liegt er am Boden. Der Arm ist immer noch oben. Aber Indominus Rex hat sich natürlich durchgesetzt. Ich muss echt sagen, dass die Animation gerade gar nicht mal so kacke aussah. Er hat ihn hier hinten am Schwanz erwischt und dann total am Bauch. Also, wirklich eine sehr gute Mod dafür, dass es so eine Troll-Mod ist. Oh Mann, ey. Warum bringt man Garfield in Jurassic World Evolution? Ich verstehe es nicht. Aber ich finde es gut, dass Indominus Rex ihn hier zu Fall gebracht hat. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze noch einmal an. Aus der Sicht von Garfield. Da entspannt er sich noch. Läuft ganz gemächtig. Und da kommt Indominus Rex. Beißt ihn in den Bauch. Und da geht Garfield down. Da liegt da der Garfield. Zu Boden gebracht. Von Indominus Rex. Hat er verdient. Hat er wirklich verdient. Alle drei Garfields sind am Boden. Ich denke mal, das ist ein schönes Endbild für diese Troll-Mod. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Schreibt mal eure Meinung zu so einer Mod in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Bleibt gesund. Euer Dandy.